Wir sind jetzt hier angekommen. Also ich beiß hier rein und da spreche ich rein. Wir sind angekommen am Rewimarkt hier in Bad Schönborn. Es war eine wundervolle Tour vorbei am See in St. Leon Roth. Da kommt man ein bisschen Sport treiben. Da haben wir Fragen über Baden beantwortet. Wir haben Punkte gesammelt, die werden hier eingelöst in Preise. Das heißt, es ist wirklich ein richtig großartiger Tag gewesen. Eine tolle Tour ist zu Ende gegangen. 26 Kilometer und ganz viele Menschen, die jetzt glücklich hier sind und mit uns gemeinsam essen und trinken wollen. Aber das soll es ja noch nicht gewesen sein. Es geht ja weiter. Die nächste Tour schon morgen. Und auch dafür können Sie sich ja noch anmelden. Gehen Sie online, regenbogen.de. Da finden Sie alle Infos zu den noch anstehenden Touren bis inklusive Sonntag. Und wir freuen uns sehr. Je mehr dabei sind, desto besser. Wir werden eine Menge Spaß haben. Ja und jetzt würde ich sagen, reinbeißen.